Hallo Leute, zur Vorbereitung für Tokio 2020 haben wir euch ein Teamworkout mitgebracht, welches ihr zu zweit super umsetzen könnt. Wir fangen an mit einem ganz einfachen Spiegellauf, der aber sehr lustig ist. Und davon machen wir 3 Serien a 20 Sekunden. Die nächste Übung ist der Liegestütz, davon machen wir 3 Serien a 10 Wiederholungen. Das ist der Liegestütz, davon haben wir 3 Sekunden. Jetzt haben wir den Russian Twist, ihr setzt euch auf dem Boden, auch wenn ihr sitzt, wird es nicht einfacher. Und zwar nehmt ihr den Kiloball und werdet den Ball um euch herum geben, Beine dabei anheben und das 3x10. Los geht's! Dabei sollte sie sich nicht an mich anlehnen. Drück dich nicht! Drück dich nicht! Bam! Die nächste Übung ist der Hollow Hold, wir haben sie ein bisschen abgeändert und zwar nehmen wir den Ball dazu, denn wir mögen es komplexer. Sehr gut, davon 3 Serien, A10 Wiederholung, also insgesamt 20. Jetzt müsstet ihr aufgewärmt sein, wir auch und deswegen spielen wir uns jetzt ein mit dem Ball, das macht nämlich tierisch viel Spaß und bringt uns in Stimmung. So und dann werden wir auch nochmal wechseln, damit ich sie auf dem Waffelchen machen kann. 10, 19, 20. Training zusammen macht unserer Meinung nach sehr viel Spaß und dementsprechend hoffen wir, dass ihr diesen Spaß auch haben könnt. Hier ist unser Trainingsplan, den könnt ihr auch abändern und wir gehen jetzt aber einen Kaffee trinken, weil wir sind fix und fertig. Aber viel Spaß beim Fit werden! Ciao! Tschö!